Und da muss ich dann etwas tun, was ich überhaupt nicht mag. Ich würde sagen, mich mögen ist sogar noch nett ausgenommen. Ich hasse es. Oh nein! Nein, 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 nein. Hey Leute, was geht? Mein Name ist Donny und herzlich willkommen zu Brawl mit mir. Heute habe ich einiges vor und zwar möchte ich meine Trophäenpfandpulonung abholen. Denn da bekomme ich einen neuen Brawler und zwar Dynamite, der mit seinen Dynamitstangen durch die Gegend wirft. Und da freue ich mich schon auf. Und als nächstes versuche ich dann mit ihm mal fünf Spiele zu machen im Solo-Showdown. Und da muss ich dann etwas tun, was ich überhaupt nicht mag. Ich würde sagen, nicht mögen ist sogar noch nett ausgenommen. Ich hasse es. Und zwar im Solo-Showdown zu teamen. Es fällt mir so schwer über die Lippen. Aber ich versuche in fünf Punkten mit so vielen Leuten zu teamen wie möglich, um zu schauen, wer eigentlich noch alles übrig bleibt. Und wenn wir sagen wir mal beispielsweise fünf Leute, wenn ich mit fünf Leuten geteamt habe, schauen, wer als Sieger rausgeht. Wenn das überhaupt funktioniert, da bin ich mir noch nicht sicher, wie das laufen wird. Aber ich bin gespannt. Dann lasst uns mal direkt anfangen mit der ersten Belohnung. Und zwar eine große Box. Natürlich hoffe ich, dass da ein neuer Brawler drin ist. Ich habe drei Sachen in der Box. Okay. Keine, aber viele Powerpunkte. Was gut ist, um den Brawler abzutraden. So, jetzt hole ich nochmal 50 Powerpunkte ab. Die gebe ich natürlich der Saison gestärkt. Oder weil wir in der Saison sind. Und zwar Bell. Und ich fordere jetzt Dynamike ein. Dynamike! Uh, da kommt er mit seinen... Deine... Deine... Deine Mythen. Weil Dynamit stand. Er als Werfer. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich ihn auch. Und dann wird er direkt ausgewählt. Und, ja, jetzt versuche ich dann das Schlimmste, was einem Solo-Spieler nur passieren kann. Teams. Äh, boah, das tut mir echt leid für die Leute, die jetzt im Solo sind. Und denken sich... Und sich dann über uns ärgern müssen. Sofort erstmal. Nein, 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 ich will da noch Team, ich will Team, ich will Team. So. Nein, okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Ah! Boah, ich habe schon lange nicht mehr mit Dynamike gespielt, muss ich sagen. Aber... Jetzt... Ich bin gespannt, ob hier... Ob überhaupt jemand Team möchte. Ich bin auch ziemlich schlecht mich im... ...drehen, muss ich sagen. Okay, nein. Okay, will er nicht. Das heißt dann, äh... Wer nicht Teamen will, ist mein Gegner. Ganz einfach. So, jetzt muss ich hier erstmal... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich denkt er sich so... Ich greife dich nur an, weil du am... Oder versuchst zu Teamen. Okay. Ja, der ist... Der weicht schon gut aus, aber wenn er da um... Äh, bin es. Okay, also... Der will nicht Teamen, schade. Aber ich will ja auch nicht einfach so verlieren. Deshalb. Knapp, 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 knapp. Nein! Wieso habe ich den Nein gelegt? Das war ja überhaupt nicht der Plan. Aber ich glaube, der läuft jetzt wieder runter. Nein, der läuft da hoch. Oh, doch, der läuft hier runter. Aber, ja, wenn du nicht Teamen willst, dann, äh... Eigentlich finde ich das gut, dass da Leute sind, die sagen... Die sagen Nein zum Team. Weil, also... Jetzt hat es leider nicht funktioniert und der, ähm... Bull hat, äh... Wollte nicht mit mir Teamen. Na gut, dann bin ich halt Erster. Äh, ich glaube, ich mache das bei den nächsten Wochen nur so, dass ich einfach versuche wegzulaufen und, äh... Mit einem anderen Team. Aber ich muss sagen, das freut mich echt schon mal, dass ich... Dass der Erster nicht Teamen wollte. Ähm, auch nicht Poco. Und, ähm... Ja. Aber das macht es natürlich umso schwerer, wenn ich... Okay. Das Code... Nein! Ah, ich glaube, ich muss... Ah, na... Okay, gut, das war... Das war, äh... Äh... Nicht so gut, aber immer noch ein. Okay. So, also, das Team läuft bis jetzt noch nicht so gut. Aber, naja, das kann ja auch sein, ne? Wenn die Leute nicht Teamen wollen, dann, ähm... Freut es mich, ehrlich gesagt. Aber, äh... Dann kann ich hier ja nicht, äh... Den Test ausprobieren, den ich eigentlich ausprobieren wollte. Und zwar... Schauen mich viele Leute mit einem Team. Okay, obwohl, dann habe ich eigentlich die Zahl, oder? Was meint ihr? Ich meine, wenn keiner mit Teamen will, dann weiß ich, dass... Okay, dann ist auch keiner... Die sind auch immer die... Die sind auch immer die... Am schlimmsten, die am Team sind. Was meint ihr? Was ist eure... Oder wie mögt ihr das Team? Macht ihr das? Und was ist die schlimmste Combo im Team beim Solo? Also, ich glaube, zwei Dynamics, das ist schon echt nervig. Okay, ja, da ist jetzt nur noch einer... Und zwar Shelly. Und da es jetzt nur noch eins gegen eins ist, würde ich gerne wissen. Oder weiß ich schon nicht, würde ich gerne wissen, sondern weiß ich schon, dass sie nicht Teamen wird, sondern will wahrscheinlich selber gewinnen. Aber nicht mit mir. Okay, ich probiere es jetzt noch zwei, drei Mal, würde ich sagen. Und wenn es nicht funktioniert, dann... Gut, dann nehme ich das auch hin. Und... Freut mich sogar, das freut mich sogar, wenn die Leute nicht Teamen wollen. Ich weiß gar nicht, wenn die Leute mit Teamen, wie ich mich dann fühle. Okay, so, die ersten werden hier schon ziemlich weggemballert. Okay, da ist ein Al Primo. Da ist ein Jackie. Hm-hm, nope. Okay, Al Primo möchte nicht. Okay. Dann, ähm... Vielleicht Jackie. Nein, auch nicht. Da oben Nita. Nita, wie zu Teamen. Hm, nein. Uh, da ist aber jemand, äh... ...verärgert, würde ich mal sagen. Hm, okay, gut, dass ich hier nicht, äh... ...platt gemacht hab. Weil vielleicht möchte ich jetzt Rosa mit mir Team. Okay, Bull hat sich selber eins ausgeschossen, weil er, ähm... Okay, so noch zwei in da. Okay, auch. Und das ist Rosa. Und ich. Oh, Bäm. Präzise portiert, würde ich sagen. Okay, also... Wenn das hier so weiterläuft, dann mach ich mit ihm schneller, äh, Rang 10 als mit dem ganzen anderen Brawler. Also man sieht schon, Dynamike hat auf dieser, ähm, sehr... Oh, ist der noch? Ja, okay, Pokus auf. Dynamike hat da einen sehr, ähm... ...großen Vorteil bei dieser Map. Weil so viele Hindernisse da sind. Und er sich da immer drum herumlaufen kann. Okay, da möchte auch keiner Team. Weder Bull noch Coco. Ich versuch's nochmal. Aber... Ja, okay. Ja, okay. Nein, nein, nicht Team, nicht Team. Okay, nee, also ich glaube... Nee, okay, gut, dann... Also, keiner will mit mir Team, was ist da los? Jetzt werde ich langsam, äh, traurig. Uh, 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 ich hab grad die Schüsse angekommen. Da ist noch, äh, okay. In die Mitte stellen. Ich hoffe, hier sieht mich einfach jemand, der sagt, oh, yo. Und, ähm, ich komm zu dir. Die Teamwahl. Nee, keiner. Ich möchte keiner. Wir sollen noch zwei da. Nein. Nein, 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 nein. Okay, gut, nee. Ja, schade. Also, auch hier wieder nicht. Äh, ich würd das schon ganz gerne mal sehen. Wenn alle... ...zahlen unter lösen. Und zwei Powerpuss. Das nenne ich mal einen jetzt. Okay, komm, wir probieren's noch einmal. Also, alle guten Dinge sind... Fünf, sechs. Vielleicht noch sieben. ... oder achtmal. Mal schauen. So, wir probieren's noch mal. Also, okay, wir probieren's jetzt noch mal aus. Das letzte Mal, würd ich sagen. Und dann, wenn's nicht funktionieren... Ja, warum nicht? Also, dann ist es auch nicht schlimm. Ich mein, äh... Dann bin ich sogar wirklich doch ziemlich froh, dass nicht so viele Leute im Team... Oh, jetzt wollt ich doch Team wieder anwalten. Oh, ich bin schon wieder... Da seht ihr mal, ich bin einfach ein Solo-Kämpfer. Äh... Also, ihr könnt auch wirklich glauben, normalerweise team ich überhaupt nicht im Team-Solo. Weil, wenn ich im Team spielen möchte, dann spiel ich einfach Duo, oder? Was meint ihr? Ich glaube, ihr seht das genauso wie ich. Und, wenn ihr das genauso seht, wie ich, dann seid ihr ziemlich cool. Nee, okay. Also, funktioniert wieder nicht. Besser für mich. Weil, dann kann ich... Gewinnen! Und sicher Erster werden. Nice! Uh, Jackie! Ja. Ganz schön knapp hier, muss ich sagen. Wo läufst du her? Wo willst du her laufen? Wo willst du her laufen? Am besten läufst du aus dem Gebüsch. Sonst mach ich dich platt. Das willst du doch bestimmt nicht, oder? Oder doch? Oh nein! Nein, 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 nein. Okay. Ah. Genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, da du nicht mit mir teamen willst, dann mach ich dich jetzt einfach schneller platt. Oh Mann. Fünf Stunden später, ich mach dich schneller platt. Nein! Okay, gut, da hab ich, äh, war ich zu, ähm, zu ungenau. Ähm. Aber wisst ihr was? Als zweiter kann ich nicht gehen. Ich mach den letzten Kampf. Ich muss einmal erster werden. Im letzten Kampf muss ich erster werden. Dann weiß ich, ah, das war ein guter Kampf. So. Aber ich versuche nochmal das letzte Mal. Ich sag jedes Mal das letzte Mal, das letzte Mal. Kennt ihr das auch? Macht ihr das auch? So, nochmal team. So, ich stelle mich jetzt sofort in die Mitte. Und, äh, oh, da ist noch ein Dynamike. Vielleicht will er team. Oh nein. Oh nein, der Karl schonmal nicht. Nee, deine Mike vielleicht. Deine Mike. Deine Mike. Okay, nein. Okay, gut. Nee, also. Ich glaube, hier kann ich jetzt jede Hoffnung. Ja, der hat mit mir geteamt. Dann wäre es noch nicht so egal. Oh, da ist Rosa, als Leon. Nee, Leon als Rosa. Ja. Und so, wie der mir hinterher läuft. Wenn sie ja nicht aus uns repentieren möchten. Oh, okay. Da hatte ich. Da läuft jetzt. Oh, was war da? Ich hab denen was rechts gesehen. Okay, gut. Oh, es sind auch noch, übrigens, dry. So noch dry brawler da. Und, okay. Puh. Naja, okay, gut. Dann. Hätte ich lieber mal vorher aufgehört. Weil dann wäre ich wenigstens weiter. Aber, ich meine. Dritter ist auch gut. Von daher. Also, ich bin auch. Doch jetzt muss ich sagen. Ziemlich froh. Ähm. Nicht geteamt zu haben. Beziehungsweise, dass es nicht funktioniert hat. Weil das zeigt ja, dass ihr, äh. Schon sehr gut alleine spielen könnt. Und nicht dieses, ähm. Ja. Ich sag mal. Unfaire 2 gegen 1 Match. Und, ja genau. Wenn euch das Video gefallen hat. Dann, ähm. Lasst mir auch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Äh. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.